So Leute, was geht ab? Hier ist der Video 131. Ich will mir ein neues Telefon vorstellen. Eins muss ich zurück schicken. Ich habe mir zwei geschickt. iPhone X, XS Max. Ich muss euch mal vorstellen. Habe ich mir jetzt mit meinem Vertrag geholt. Ein neues Telefon. Ich muss ein Angebot bekommen, weil es so wünscht. Und mit dem Vertrag angreift. Dann schau. Erstmal abgemacht. Jetzt machen wir die Giste auf. Wie geht das eigentlich alles? Warte Leute, wir müssen die Cam hier rumwackeln. Entschuldigung, dass das Video so anfängt. Das wird bald besser. Na, wenn ihr mich jetzt nicht seht, ist es egal. Jetzt habe ich kurz die Fresse von mir gesehen. Hier ist die Lüge. Aber gut. Spass zu sein, Mann. Machen wir mal auf. Hier ist wieder so Sticker, 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 Sticker. Wenn hier der Stift weiß, aber diese Lecken noch nicht haben. Ja, packen wir gleich zurück. Sonst soll das Video hundert Jahre. Mal gucken. Mal gucken. Ui. Kupfer rein. Hier hinten sind nicht mehr diese Stecker dran für andere. Kupfer rein. Ui. In Gold. Mal gucken, ob meine alte Hülle drauf passt. Die wichste Hülle. Passt schon, aber diese Kamera ist jetzt anders. Ui. Geiler Scheiße. Machen wir mal an. Oder machen wir nicht an. Ich wollte es euch noch zeigen. Und kleine Vilo hier bin ich noch mal. Mh. Geil. Vorher mache ich jetzt nicht ab. Weil ich muss immer auf meine Schützer schon mal warten. Mh. Ist das denn was größer? Ja, Mann. Ein paar Zentimeter. Ja. Das soll es so gewesen sein, dass mein iPhone Max, also Max, Max, Max. Schieht doch nicht hier. Rauch oder so. Und ja. Das soll es gewesen sein. Von meinem Handy. Und ja. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Wenn man bei Silo eins rein sagt, tschüss. Haut rein. Hinten eine Pflau. Ja. Anmachen suche ich jetzt nicht. Vielleicht kann ich euch jetzt noch mal zeigen, wenn das angemacht worden ist. Aber jetzt nicht. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. In der Vlies. An der Haut. In der A. Ho. Ha. Ciao.